Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 126. Wir sind im Wald von Tarokka und müssen ziemlich viel erledigen. Sphärenjäger müssen wir töten, die Wölfe müssen wir töten für die Bommels. Was war das? Ah so, ja. Maler von Kilieden. Ja gut, die Troppen an vielen Stellen, sag ich mal. Und hier müssen wir irgendwo noch, ja genau, hier müssen wir noch in einen Typen, diesen komischen, ich sag mal, Boss in Anführungszeichen töten. Ja, tun wir diesmal. Bin mal gespannt, wenn unser Freund weiter wächst, sprich, äh, Treuestufe, ob der denn auch dieses Wutgold kann, weil ich meine, das kann der. Lass uns überraschen, was so passiert heute. Hm. War ja irgendwie klar. 250, ja, auch, auch, können wir gleich heilen. Geht hier Schlag auf Schlag. Aber ich hab das Gefühl, ich werd so langsam erkältet, weil die Nase ist immer wieder zu. Aber sonst ist noch nix. Falls ich mich heute etwas komisch verschnupft oder so anhöre. Die Dinger haben wir schon mal. Okay, dann müssen wir bald die Kinder befreuen. Wir sind, äh, die haben Kinder gefangen. In einer Hütte von denen ist halt dieser Boss. Ohr-Dachs. Ohr-Dachs. Ich hab manchmal einen Arm, ne? Da denkt man auch, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Jetzt haben wir dem was näher, falls er gleich wieder abhaut. So. Hm. Ich hab's mir fast gedacht. Ich hab's mir fast gedacht. Nein, sonst. Hm. Das war nicht Teil meines Plans. Nachwachsen. Ich bitt dich. Äh, 80 Mana. Na gut, machen wir ein bisschen. Äh. Komm mir irgendwie blöd vor. Da jetzt, uh, oh, hat er mich getötet? Denkst du? Tja. So kann es gehen. Und jetzt, falls mit 65 kommen wir uns auch neues Essen und Trinken kaufen. Nein. Das Trinken geht eigentlich. Mit 170 Mana pro Sekunde. Warum, ihr Lieben, 1700? Ja, passt. Und der, ich hab' ich den Fahnd verloren. Der, der Hexenmeister, dem sein Bett, dem lahmt auch ein bisschen hinterher. Falls er hier spielt, also falls er denkt, oh, was ist denn da los mit meinem, meiner blauen Wolke, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. So. Wir gehen mal aufs Ganze hier. Gucken. Was soll ich schon haben? Noch nicht besonders viel. Schöne Sache. Wird noch, wird noch. Oh, wir müssen nachher unbedingt Pfeile kaufen. Wenn's wird, das war's knapp. Ist klar. Ich mach' mal auf die Kleinen. Okay, so. Ist ja nicht. Na, der, der jetzt auf Fernsicht oder sowas. Warte mal, gucken wir mal, die Tierherrschaft, Adlauge. Ist ja nicht. Gleich, da. Ach, ich hasse es. Das ist nicht wie hier. Ist auch falsch. Ich geh' mal außen rum und natürlich pullen wir den wahrscheinlich auch, oder? Na, ich wusste es. Na, gibt's Schlimmeres. Ich war grad überlegen, was wir vom Beruf sind, aber wir sind ja Liga. Ein Liga-Mensch. Fast vergessen. Sehr gut. Hm, 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 hm. Was wir noch Fetzen haben, versteh' ich manchmal nicht. Aber wir werden noch viel Leder bekommen, wenn wir erstmal in den Haagrand sind. Das dauert ja nicht mehr allzu lange. Was war das? Okay, das haben wir fertig. Die eine Quest kriegen wir auch noch fertig hier mit, äh, den einen Typen der Killen. Fast vergessen. Ähm. So. Oh, wir müssen ja auch noch einen töten. Ich glaub, die ja, die mussten wir nur töten, ne? Ach, ja. So. Wir regeln das. Zack, bumm. Gucken. Noch nicht. Ach ja, wie wär's lieben? Ey, schieß weiter. Ah, manchmal. Ich will mal die Karte mit einer anderen Taste aufrufen, weil ich die in einem anderen WoW mit einer anderen Taste belegt hab, da drück ich mal drauf, aber die Taste erkennt das Burning Crusade noch nicht. Ach. Sooohohohohohoho. Das hier da oben sitzt, ne, sieht nicht so aus. Ich guck nochmal da hinten jetzt. Da ist keiner drin. Hm. Bisschen noch in der Rekor-Lage. Ich glaub schon. Wer weiß, wo man hinlaufen muss, ne, das wär ja cool. Ähm. Mal so. Ups, leider steht ja auch nix auf meine Mini-Man. Hm. Steht nur, dass er da ist. Hm. Hm. Das nützt mir auch nix. Bisschen Schinken. Jetzt trinken wir auch was. Hm. Hm. Mysteriös. Mysteriös. Wie kann der Eierkopf dann sein? Sagt da, oder? Vielleicht haben wir ja Glück und der ist da in dem Holz... äh... Holzhäuschen. In dem Häuschen? Ich kann ja sagen, na, 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 na. Okay, über uns. Wir schleichen uns mal hoch. Gucken wir gleich mal da rein. Vielleicht ist er da drin. Ich glaub, die Dinger hier... Geh mal Ehren. Äh, hier das gehört zu einer Quest. Und hier der komische Stein gehört auch zu einer Quest, dieser schwebende da. Ich weiß aber nicht mehr zu welcher. Ich weiß nicht, ob das für irgendein Prequest war. Die Kinder gehören halt auch dazu. Ich weiß nicht, ob die Kinder, äh, fangen zum Essen. Wär ja schon fies, irgendwie. Ich weiß, ich glaub die, das gehörte mal, ähm, im Zusammenhang mit, äh, ähm... dem Kinderfest hier, äh, Antony, äh, wie hieß das denn? Ah, guck mal, fällts noch rein. Da ist er! Ne, das letzte Mal hab ich, äh, überlegt, wo der eine Typ ist, weil er sich irgendwie in Erinnerung hatte, der war da drauf. Dann war es nicht der, sondern der. Schwupp. Genau. Lauf zu mir, wenn du flüchten willst. Hat er auch gedacht, verdammt. Tchuuu. Kann das mal kommen? Nein. Komm, komm. Was ich auch lustig fand, oder, naja, lustig, ähm, ich sag mal seltsam, ist der neue Überlebenshunter. Da hatte ich ja letzten schon mal gesagt, mit, mit Stöckchen. Finde ich sehr verwirrend. Was willst du denn? Was willst du denn? Nee, nee, nee. Das ist was. Das ist auch nicht was zu wollen. Wollen wir immer alles auf die Nase haben. Dann klauen wir da schnell ab. Erst große Fresse riskieren und dann abbauen. Immer dasselbe. So. Wollen wir jetzt an die Worgen. Hoffentlich recht ist es von den Pfeilen. Und die Speer. Dann haben wir die auch schon fertig und dann brauchen wir nur die Worgen sammeln. Obwohl die Worgen recht schwierig sein werden, weil die nicht immer alle truppen. Obwohl die alle ein Bömmelchen haben. Naja, aber ich sag mal so, es gibt Schlimmeres als, ähm, ich... Dierer töten in WoW. Wenn man Lederer ist. Sehr schön. Das ist mehr wie Leder. Ich kann auch prima mal Auktionsversorg kaufen, musste ich letztens verstören. Jetzt weil ich rumgeschimpft hab, dass die nicht gut truppen. So ist es. Schütf, schütf, schütf. ja 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 Lustig ist ja, die Wagen sind teilweise fast überall hier im Wald verteilt, so, zwischen hier und Allerias Feste, aber da zeigt man nur hier den kleinen Punkt an, naja, was finde ich lustig. Letztens habe ich meinen Lettern aktualisiert, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt hatte, ich glaube schon, was ich auch krass fand, dass Questhelper dann sagt hier, äh, unterstützt keine Privatserver. Na gut, das hätte ich mir so kurz vorstellen können, weil es dann die Aktualisation war quasi für Legion, äh, vielleicht deshalb, weil mittlerweile haben sich ja die Quest seit BC bis Legion stark verändert, vielleicht meinen die das damit. Ach, wir sollten auch in die richtige Richtung gucken. Und wir hatten einen Level Up. Was hat der denn? Piu Piu. Ja, die Frage ist, was nehmen wir. So, oh ja, Fahrrad 250 glaube ich, ne? So, oh ja, Fahrrad 250 glaube ich, ne? So, dann können wir jetzt, geben wir erstmal die ganzen Quests gleich ab und dann können wir nämlich nach Nagrand. Das ist cool, Nagrand ist cool. Hat mir schon immer gefallen. Ja, oh jetzt skillen wir quasi wieder. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, mit dir da heißt, let's play. Und, ähm, dann würde ich sagen, auf Wiedersehen, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.